Servus, Leute! Willkommen zurück zu Dark Souls. Im letzten Part sind wir oft gestorben. Das war alles, was wir erreicht haben. Ohne Truhe. Ja. Heddy und Schmacke sind immer noch da. Ja. Wir respawnen immer wieder beim Leuchtturm. Gibt's in diesem Spiel Bogen oder Armbrüste oder sowas? Ah, ja. Es gibt Arme und Brüste, ja, ja. Ich will den anderen da und sehen. Musst du nur finden. Bogen gibt's, Pfeile gibt's, Armbrüste gibt's, Arme und Brüste gibt's auch. Alles da. Weil ich habe mir überlegt, dass ich mir so als Zweitwaffe so eine Distanzwaffe oder Zauber oder irgendwas... Ja, was will der Wulff denn noch alles machen hier? Da kriegt er gar nichts mehr geschissen. Ja, einfach so, damit ich die Typen hier platt machen kann. Um, nee. Aber das wäre doch langweilig zum Zuschauen. Wischte? Ach, mach einfach, wie du willst. Komm her, komm her. Was ist bloß los? Nein, nein, nein. Du, da oben gehst mir so was vorhin auf den Keks, du Kaschball. Ja, fackel deinen eigenen Kumpel ab, Frau Skis. Das geht überhaupt nicht. Jetzt kommt eine Beleidigung. Geil, ich wollte eigentlich treten. So. Ich werde die Feinde jetzt einzeln herlocken. Was ist da unten überhaupt? Geh doch mal runter. Ja, und dann ist tot. Nein. Nein, nicht den da hinten. So. Was macht der Wulff wieder hier? Ringelpiez mit Anflassen. Ich glaube, Axt habe ich teils auch benutzt. Was hast du? Die Axt. Die Axt habe ich teils auch benutzt. Die Axt. Die Axt. Der Wulff ist so Lappen, der kann doch nicht mal Axt tragen. Der macht ja auf Schmacki jetzt und so. Kommt her. Jetzt ködert er, jetzt ködert er die auch noch hier. Ich habe doch gesagt, nein. Ich habe schon gesehen, der ausgeholt hat, dieser Knecht. Der Wulff macht ja gar nicht mehr die Rudel-Taktik hin. Nein. Einfach mitten ins Geschehen-Ferzen. Ja, da drin ins Geschehen-Ferzen. So, erster Flakon. Warum gehst du da eigentlich immer hoch? Weil der nervt, der Kerl. Der Wulff, der räumt die ganze Welt leer, ja. Warte, du bist du da jetzt gleich einmal runter. Ja, so vielleicht still. Oh, da hat er aber Glück gehabt. Nö, das war nicht richtig. Das musst du jetzt nochmal normal machen, aber richtig runterfallen. Das war geschehen. Das gibt nur fünf Punkte. Getschehen? Ja. Ja, fünf von fünf. Und da geht auch Estos weg. Der trinkt das wie Wasser, der Wunsch. Ihr Spackos! Ja, genau. Das ist der Drahtseinakt hier. Ja, genau. Ist mir egal, ob ich jetzt Schaden kriege. Ich will den nur weg haben. Achso, der da hinten ist auch drauf gegangen. Der Wulff hat alle kaputtgekloppt. Das ist der Zirkus Roncalli-Akt. Kann sein, dass der mich lustig macht. Nö. Wir lachen mit dir über dich. Ja. Mit mir. Bescheid, dass... Da knatscht du. Da musst du Stuhl lachen. Das war aber nicht meiner. Normalerweise knatscht immer mein Stuhl. Das war das schon mal gegangen. Leichte Armbrust. Scheiße, ich habe keine Bolzen. Scheiße, sonst hätte ich die da oben jetzt schön wegmachen können. Mhm. Moment. Der Wulff macht nur Blödsinn. Nein, ich habe kein Ding. Falsch. Was hast du? Ich habe keine Brandbombe, doch da. Ja, du musst ja auch ausrüsten da unten in den Slot. Das musst du auf Ausrüstung. Da. Da. Ja, oben rechts da. Da kannst du einen anderen Scheiß auch mal rausschmeißen, ey. Wie diesen Augapfel da, den brauchst du doch nicht. Da drin. Ich schmeiß mal das raus. Ja, geh da rein. Bin ich. Beim Knochen. Ja, zurück. Ja, so und dann, äh... Nein, einfach blau drücken, glaube ich. So will ich mich dann ablegen. Ja. Tolles Manni. Er muss auch nicht mal tausendmal switchen, bis du wieder einen Flakon hast. So. So ihr sicker. Jetzt kommt der Wolf. Die sind aber schwächer, oder? Okay, die töten auch noch. Der hat er Luck gehabt. Ey. So. Verbrenne in der Hölle. Moment, da ist noch einer. Gleich kommt der Fass wieder. Nein! Der ist der Donkey Kong Fass. Der ist der Donkey drin. Ja, danke für den Helm, den brauch ich nicht. Was? Hä? Hast du den jetzt so schon getriggert? Oder kam da mehr? Jetzt weiß ich gar nicht. Moment, bisschen aufladen. Och, der Wohlfiel. Jetzt kommt der Statt. Moment, erst war ich oben. Ja. Dann warst du tot. Hm. Dann fasst das, glaub ich, weg. Ich wette, das geht so nie im Leben. Ja, beste Perspektive. Okay, er ist nicht da. Nein. Geil. Achso, da ist eine Treppe. Ich dachte schon, jetzt wäre der Weg umsonst. Kommt jetzt so ein Fass, das wär's jetzt. Jetzt wird gleich ein Fass. Ja. Mehrere, mehrere. Jetzt wird's... Jetzt kommt der Fass tot. Ja. Ich mach alle Fässer kaputt. Keiner soll mir ein Fass auf den Kopf hauen. Richtig, ja. Was wird's gescheh'n? Oh, da ist Meere. Da ist Meere. Was wird ihn erwarten? Ja, das sieht aus, als ob er direkt so mega greifen konnte. Ja, geil. Direkt abgeschlossen, bitte Nebel. Ich hör doch was. Was denn? Bogenschützen. Achso, da oben ist er. Ja, gut. Da wird der Tauchers-Dämon vor ihm steh'n. Irgendwas sagt mir, ich hab keine Chance gegen den. BANG! Ich hab gar nicht geschlagen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, da ist jemand aufm Kopf. Was denn? Und nochmal nachher hauen und... Oh Gott. Irgendwas sagt mir, ich sollte noch nicht hier sein. Wieso? Hast du noch gar nicht getan? Naja, da ist mir so ein Megafiech, das mich umplättet. Ja, war der Asyl-Dämon da auch. Oh, schon wieder von hier. Alter Witzka, komm her, du Arsch. Ja, was willst du sonst? Ja, egal, hast du mich eben getroffen. Der möchte mit der Gaffee trinken. Der wartet da oben. Der wird Gaffee grenzen. Lass die Arme erst fallen. Wofür der Wolf denn sonst hingehen? Oh, da ist schon der Nächster. Der Dauros-Dämon bitte zum Tanz. Ich will aber nicht tanzen mit dem, so. Doch. Der wird jetzt hier verärzt auf der Brücke. Hallo, fang mich. Auf die Zinnen, na. Ach, jetzt kommen gleich mehrere, na geil. Ja, geil, ich lass mich aufspießen. Da rassende Knöpfe aus. Ja, geil, die Runde jetzt ist wesentlich schlechter als die andere zuvor. Wieso hast du denn alle Flagons? Mich hat da runtergeklickt. Aber ich habe mehr Energie verloren als zuvor. So. Ah, wie ich so von der Zinnen geflogen bin von da oben. Wow. Rastet mal nicht aus da oben. Hallo, schaut mich an. So. Und wieder zurück. Oh, da ist einer hinter mir. Wo kommst du her? Ja, geil, hau mir eine Brandbombe ins Gefriß. Da steht der Wolf drauf. Lebt der andere jetzt noch? Nee, der ist auch tot. Wo kletterst du denn immer da hoch, ey? Weil der Typ mich saumäßig nervt. Der hat den Tod verdient. Alle drei zusammen. Wenn du mich runter haust, kann ich mich gegen so eine Brandbombe überhaupt schützen? Der macht doch das Schild hoch ein bisschen. So. Oder machen wir eine Fett, Rolf. Weg mit dir. Okay. Merke mir, nicht hochgehen zum Minotaurus. Sonst sehe ich all das. Wo willst du sonst hin? Äh, da war ja glaube ich noch ein anderer Weg. Ach ja, den Weg da runter. Ja, da kannst du auch mal hingehen. Wahrscheinlich kommt da auch so ein Minotaurus. Da kannst du auch mal hingehen. Das sind die Minotaurus-Brothers. Was? Da war ja noch was. Da hatte Wulff ja aufgepasst. Hm. Hallo. Jetzt holt er der Taktik-Keule raus. Nein, 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 nein! Da musst du den Lloyds-Talisman schmeißen. Ach so, das ist schon der mit dem Speer. Oh ja, der ist böse. Und... Ich habe nicht auf meine Ausdauer geguckt. Ich hatte nämlich keine mehr. Weil ich mir gedacht habe, warum schütze ich mich nicht? Was ist passiert? Hallo. Ja, geil, danke. Erst du. Dann umdrehen. Wer da? Ja, kommst du dich schon wieder zu zweit? Nein, da hat sich gehalten, die... Pottsau. Nein. Komm her. Wehe, du heilst dich. Ich reiß dich in Stücke. Warum hat das Spiel auf einmal so aufgedreht mit dem Schwierigkeitsgrad? Hallo, schaut mich an. Das sind doch noch... Ich renne durchs Feuer. Das ist Dark Souls. Das sind doch einfachen. So. Was ist... So. Mach. Ja, der ist tot. Sehr schön. Diese elenden Säcke. Was macht ihr schon wieder, eine lustige Diashow oder was? Nein. So, jetzt komm her. So. Was der verdient. Hier liegen auch nirgendwo Heiltränke oder so rum. Was ist passiert? So, jetzt geh ich zuerst da rein. Hallo. Hallo. So, der ist auch weg. Und war da einer? Ne, war es gar nicht. Ich verwechsel die Räume. Da oben nervt ganz schön. Hallo. Hallo. Jetzt hacke ich euch die Beine ab. Schnell. Wow. So. Ach, ich lasse euch da hinten jetzt schmeissen. Ist mir Wumpe. Danke. Sollen die meinetwegen ihr Zeug schmeissen. Danke. Kleine Scherben. Was macht der Wurf? Scherben, die kannst du später zum Schmieden benutzen. Ach so. So. Ja, der tauscht, ey. Da, fang! Was der verdient, du Arschloch. Jetzt reicht's. Komm her, komm her, komm her. Nein! So, ich halte mal. Der heilt sich die Sau. Ja, genau. Er hat mich nämlich angelockt, damit der andere schön mit seinem Speer. Geil. Okay, jetzt mit Taktik. Komm her. So, Taktik. Habt ihr schon gelacht? Weil ihr denkt, ich schaffe es nicht. So, oben ist der Minutaurus, da geh ich nicht hin. Bisse. Da hab ich alles zerstört, da oben ist ne Kiste. Ich hör ihn wohl, geht mal. Oh! 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 Ja, geil! ich hab den falschen knopf geträgt jawohl schwarze ritter oder taurus schwarze ritter aber zuerst muss ich den anderen da loswerden grüne blüte wie lekannte er davon maschinen das ist hallo ok was lachst du denn die ganze zeit unterstütze mich mal hier guck den an was sehe ich da das ist ja könnte dir mal aufhören zu lachen und mich unterstützen du kannst gerade nicht so wie mache ich das hallo und schnell wegrennen ja durchs feuer ist mir egal oh nein die kommt zu zweit ja wohin geht jetzt der wolf wurde schwarze ritter oder taurus habe ich dir schon gesagt was ich habe sie gehört dann ist das was hast du denn gesagt zum schwarzen ritter ja ok so den schwarzen ritter könnte ich noch eher besiegen als den minotaurus oder taurus oder was das auch immer sein mag taurus dämon so da ist der raum den ich vorhin dachte ja höhen kriegerüstung danke was wird passieren hinter mir ne hallo kommt her ich habe schon wieder nicht anvisiert bitte nein du und ich will er schon wieder geil jetzt habe ich den falschen anvisiert so der andere ist schon tot deswegen toll habe ich zwei parts lang fast nichts erreicht von wegen fast nichts ich habe nichts erreicht willkommen in weiter wofür war der talisman so schnell gut damit die gegner kein erstes verwenden können wenn du sie abschmeißen damit das sollte ich vielleicht nutzen wo kannst du machen der da der ist der gefährliche der so dangerous hier ähm könntest du schneller hochkommen jetzt komm her du arschlangsame Ratte jetzt rastet da schon was so der eskalierte das ist doch nicht eskalieren so geht das so schwarzer Ritter moment da oben war einer genau der hat das brennende Fass runtergeschmissen der da hat mich gerade so überrascht hallo ja genau noch mal sicherheitshalber jetzt habe ich drei flakons gegen diesen gegen dieses schwarze schaf okay ja verschwindet schrift ich will was sehen können erst mal das nicht dass der Kerl sich auch noch heilt was schieß ihn doch ab so komm her ich habe mich zu spät geschützt geil was hast du das gesehen schmacki wie viel schaden macht er ja da würde ich ja doch nochmal zu der taurus gucken ja geil haben wir in diesem park nichts erreicht ja der tot ist so hast du taurus gefunden und du black knight taurus so weg mit dir ist noch einer ich höre ihn schon hinter mir so da fallen sie um so hallo und schnell zurück ja ist mir egal ob ich das Feuer renne wow jetzt werde ich fast nach unten gelaufen ja geil der wolf und dark souls da passt wie der arsch auf einmal und was findet das nicht gut dass ich das spiele doch nur gucken wie weit du kommst oh seele wie weit ich komme ich werde das spiel durchspielen der wolf hatte lange weg steinige weg das wird zwar dann eine ewigkeit dauern aber nicht mit euch kisten vor allem die part länge ist gleich wieder erreicht scheiße da noch einmal eine taurus besucht so da um die ecke ist der andere der ein ihn überraschen und töten so wie gern würde ich jetzt ein level up haben aber das bringt mir nix wie war das so ich dachte hinter mir ist einer so anlocken kurz ich hau gegen die ich habe jetzt dreimal gegen die wand gehauen die wand sind auch stark hier die wände so der ist auch tot ich bin bei 25 minuten komm zu der taurus noch mal noch mal ein tänzchen wagen nur sehen nur ich an dann naja hör auf hör auf hör auf du brauchst dir gar nicht dein flakon zücken aber das mach ich jetzt so ich will noch mal die tänzchen sehen so was mach ich mit euch ja geil hat er mich getroffen nein da kommt der andere ja geil anvisiert den falschen an ja super ey jetzt sauft der ich glaub's nicht ich komm nicht mal mehr zu Minutaurus hin wir zwei zwei part und nix erreicht doch du hast den taurus gefunden und den schwarzen Ritter ja und beide haben dich mehrmals gekillt achs sie wahrt zwischen pest und cholera kann sich yeah naja In dem nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.